Mein Vater hatte da so einen Spruch, wenn ein Tag schon so anfängt, kannst nur noch bergauf gehen. Bergauf? Nein, von da an geht's nur noch bergab. Aber alle wollen oben sein, niemand will unten sein, deswegen geht's nur noch bergauf. Aber bergab geht es leichter. Ihr Vater hatte keinen blassen Schimmer. Wenn wir zusammen nach Los Angeles fahren wollen, gibt's ein paar Grundregeln. Nummer eins, stellen Sie mir nicht eine Frage. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Haben Sie einen Hund? Wann haben Sie Ihre Unschuld verloren? Ich werde nicht mit Ihnen darüber reden. Ich war neun Jahre. Das mache ich nie wieder. Nummer zwei, wenn Sie gegen Waffeln allergisch sind, essen Sie keine. Dann gehen Sie mit mir nicht in ein Waffelhaus. Wenn ich die Geburt meines Kindes verpasse, werde ich Sie mit Ihrem eigenen Schal erwirken. Ich wickele Ihnen das Ding um den Hals und ziehe ganz fest zu. Das klingt ein bisschen drastisch. Holy moly, das ist ja wie mit einem Kind zu verreisen. Waren Sie auf dem Klo? Stimmt, ich muss nach Pipi. Na, das ist ja ein Ding. Das war ich, das gibt's doch nicht. Das brennt! Keine Panik! Keine Panik! Ich schau mal, ob der Mietvertrag da drin ist. Hey, wissen Sie was? Ich bin dagegen versichert. Ist das da vorne ein Schlagloch? Ja, genau. Gib Gas! Nehmen Sie es, Honey. Nein! Wenn Sie mir den Hund geben, reiß ich ihn in Stücke. Beste! Für relevab diferentes Geräusche werden. Was für dich geht's. Ich bin für dichiser Hals. пред sistelt eine Sasse sein, oder?